In diesem Produktvideo Metallic Perlfarben geht es um die dunkelblaue Farbe, um die Cobalt Blau und man sieht hier, dass es ein schöner, wirklich dunkler, schöner blauer Ton ist. Auch hier wieder habe ich das Feuer ein bisschen eingefettet, damit dieser Glanz-Effekt und dieses Perl-Effekt wirklich richtig schön zum Vorschein kommt. Ja, schön verreiben auch, nicht nur so ein bisschen tupfen, sondern wirklich schön verreiben und dann sieht man hier auch mit diesem Schwarz als Grundfarbe, Basis, wie toll das deckend ist und was für einen schönen Farbton man dabei rausbekommt. Ja, und im Vergleich jetzt mit unserem Cobalt Blau möchte ich unser Aquamarine nochmal zeigen, dass man dann wirklich sieht, wenn man das erst gesehen hat, so denkt man ja, das ist doch noch ziemlich bläulich, aber wenn man das im Kontrast sieht, hat es wirklich so einen schönen Aquamarinen, grün-blaulichen Kontrast, ja. Und meine Finger und die Form sieht schon ein bisschen fast aus, als ob ich schon Holli fest gewesen bin. Das ist auch ein toller Tipp, ihr könnt einfach unsere Lebensmittelfarben mit Weizen oder Mais Stärke mischen und dann könnt ihr auf ein Holli festgehen und viel Spaß und Freude haben.